Wir gehen die Mission verschwunden an. Das ist eine spezielle, jahranische Geschichte, die wir erst vor kurzem von Juan bekommen haben, aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei Far Cry 6. Das ist aber ganz schön hell. Rio de Plata. Hm. Keine Spur von den Guerrilleros. Ganz schön überflutet. Da hinten ist ein Funkgerät oder so zu hören. Jetzt wird's aber nass. Von oben und von unten. Kein schöner Abgang. Ich bin hier. Ich bitte Sie. Ich muss Hilfe. Ist das Russisch? Was ist das Russisch? Ich brauche Hilfe. Du musst mich finden. Warum? Das erkläre ich dir, wenn du hier bist. Ich bin in einem Bunker östlich von dir. Such nach mir. Östlich von uns. Wo ist denn östlich von uns? Am Osten geht vielleicht die Sonne auf. Da habe ich wieder so eine Figur. Ordentlich verfasste Nachricht Auf Papier Ida Hilf uns, die böse Bestie zu finden und zu töten Sie quält unsere Nachbarschaft Kugeln und Baseballschläger können sie nicht aufhalten Wir brauchen göttlichen Beistand Bitte gib uns die Kraft, sie zu töten NC Können wir da reingehen, Dani? Hallo Gibt's doch nicht Davor stehen, Leertaste drücken Davor stehen, Gegner auf dem Leertaste drücken Hinhocken, wenn wir da oben sind Bringt auch nix Ich könnte den Scheiß von hier nicht grabbeln Da kann man ja einfach reinsteigen Bein hoch und das andere auch Ah, ist so schwierig Das will der Scheiß nicht zu uns Was ist denn hier? Ich gucke eigentlich näher ran Danke für diesen Segen Äh Was ist denn hier eigentlich Norden? Wird das hier gekennzeichnet? Norden könnte man annehmen, ist da Östlich von uns Hm Wenn wir da aber gerade so drauf geguckt haben Dann ist ja Osten da Da drin steht das Ding Dann ist Osten da Land und Metallkonfiszierung Die FND hat 150 Hektar Land entlang der nordwestlichen Grenze von Aquas Lindas requiriert Alle in dieser Zone gefundenen Met Alle in dieser Zone gefundenen Metallmaterialien einschließlich aller Fahrzeuge müssen Tiente Alvarez im Stahlwerk FIS Guero gemeldet werden Die Nicht-Einhaltung zieht empfindliche Disziplinarmaßnahmen nach sich Schönern Zettel Achtung! Paria-Logistik Auf der Ölplattform herrscht aufgrund von Gefahren am Arbeitsplatz und Nachlässigkeit des Personals ein akuter Arbeitsmangel Arbeitskräftemangel Künftig werden auch weniger geeignete Parias eingesetzt, um die offenen Stellen zu besetzen und den Produktionsausfall auszugleichen Ich will den mitnehmen Hm Hm Hallo? Kommt mir sehr bekannt vor Haha Die Hütte steht aber sehr auffällig da Kleine Klohaus hier Psssssssss Festgefahren Aua Es gibt Ärger Knotte von Mh Nee Aufgeräumt Östlich Hm Das war sehr rosa Hm? Sehr rosa, hab ich gesagt Boah, Guapo Ich dachte, hier greift unser böses Vieh an Was ist los mit dir, Guapo? Warum kotzt du? Wo ist das Zeug? Ich glaub, die haben das auch gefressen Das war's mit dem Gift Schritt für Schritt gewinne ich das Vertrauen des Alten Ist ja ein schönes Rot, aber es ist nicht angenehm, das einzuatmen Da, jetzt haben wir Gift freigesetzt Auch nicht viel besser Legt wieder Fischraum Mich interessiert ja mal, was die kleine Karte sagt Wo, hupsala Nein Wo hier Osten ist Howdy Elemente Radar Norden Da ist Osten Östlich von hier Östlich von da oder östlich von dem Gerät Ja, über die Straße Gehe ich jetzt nicht Ist ja auch interessant Sie haben gar keine Wegmarkierung, oder? Was sagt denn die Karte? Äh, Guapo ist noch näher Der Blaupunkt Erfolgt uns Notizbuch Jaranische Geschichten Verfolgen in der Taste Einige unserer Galieros sind verschwunden, zusammen mit einer Ladung C4 Es wird noch seltsamer Ich hab kryptische, russische Funksprüche aufgefangen Geh der Sache auf den Grund, Dani Versuche am Übergabeort herauszufinden, was da los ist Begib dich zum Bunker Wo ist dieser Bunker? Östlich So weit weg Hei, hei, hei Aber das passt so mit östlich Weil jetzt gucken wir nämlich direkt drauf Okay, okay, okay Ich mach den Scheiß wieder aus Aber, ja, doch hier Ich hab eben hier oben geguckt Warum auch immer Oh, H-U-D E-L-M-N-T Was? Scheiße Jetzt hörst du schon Stimmen? Nicht gut, Dani Gar nicht gut Dein Name ist also Dani Ich heiße Chess Schön, dich kennenzulernen Wer bist du? Was machst du auf Yara? Ich wurde hergebracht Für die Forschung Aber sie haben im Yara etwas freigesetzt Pascharakele Dein Volk nennt es Eldevorador Eldevorador Der Verschlingel Okay, ich leg's weg Ich leg's doch nicht weg Mist Oh, was ist denn hier los? Das ist ja ein ganz neuer Ladebildschirm Warum? Hm Das Auto brennt ja schon wieder Kann man helfen? Aber sie haben im Yara etwas freigesetzt Scheiße Dein Volk nennt es El Devorador El Devorador Ich wollte's katapulieren Er ist doch angegriffen Da Komm zum Bunker Schnell Sonst könnte das wieder Ja, ich hab Hoffnung Das Ding können wir noch reparieren Kommt in der Nagel her Ah Das fragt er sich auch gleich Bunker 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 Oh, nee Das war schlecht Ja, ja Tun doch so, als ob uns das jetzt leid tun sollte Nur wegen des Gewinsels Nee Ganz knick Fallschirm Das war ein langer Flug Hier sind verkehrt Dabei ist Nacht Sind wir noch auf Kors? Oh ja, wir sind noch weit weg Ein Quad Ein Quad wäre vielleicht ganz praktisch Ein Schriftgeweg Was man auf Kropo nicht reiten kann Ah, das ist sehr gut Na, wobei, hier ist Gelände Nee, kann's behalten Das Ding ist nicht so geländegängig Bunker Bunker Entschuldigen Sie, ist das ein Bunker? Let's go Er lebt ja noch Ist das dein Ernst? Du hast zwei Kopfschüsse bekommen Du lebst noch Ist ja gut, Dani Was ist denn los? Da kommen wir doch nicht so einfach rein Hallo? Ich möchte mal kurz den Ton aussetzen Schon wieder Hatten wir ja schon beim Schießen Ganz komisch Was ist denn hier los? Ja, nicht bewegen, wenn ich gerade schieße Hat es fährt genommen Hat es hier fährt genommen? Nee, gar nicht Hier ist was los Ist viel zu nah Ja, der Bunker ist hier noch nicht Das ist nicht der Bunker, den wir suchen Noch lange nicht Über die Straße Minimum Ab durch und Nee, ab durch das Unterhaltsraum Schrift, geh weg Viel Glück da draußen Danke Hm, wird schwierig Wird immer steiler Und es wird wieder hell Das sind ja Wir wandern halt etwas durch die Berge Oha Bist du nett Sei nett Sag, sei nett Gopo hat die Fährte aufgenommen Straße Straße, Straße, Straße Da, 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 da Boah, schön sieht das hier aus Na, Körper, wo gehst du lang? Wie gehst du einfach an? Hier rüber Wie er klettern kann Geht einfach mal so durch die Wand stahl Ist aber nicht nett Nicht nett, hab ich gesagt Oh, oh Oh, oh Nee, es wird mir zu heiß Müssen wir hoch auf dem Meer, rechts von uns Berg Es artet mal wieder leicht aus Oh, man Bunker Wir haben schon ganz schön viele Nägel gelassen Wenn das mal gut geht Können wir doch genauso wenig rein Oh, boah Was steht denn da? Ja, da Boah Das wird schon schwierig Das könnte ich noch irgendwie als Ja da däuten Wobei das ist das Y Und das ist das A A, R, A Nee Ein A, ein R, ein A Und das Y Soll ich denn drinnen? Hm Schrift, geh weg Okay Okay Aha Warnung Wenn du diesen Bunker betrittst Kannst du ihn erst wieder verlassen Nachdem du Schest geholfen hast Schest Genau Okay Das ist ja billig Ich hätte gedacht Das Ding macht sich auf Und wir gehen rein Hinter uns geht es wieder zu Wo wir Teleportieren uns einfach rein Jetzt bin ich auch mal gespannt Das ist ja ein größeres Ding Das ist aber keine Diegel Die dann in der Hand hat Das ist ja einiges Ding Das ist ja einiges Ding Da ist ja einiges Ding Da ist ja einiges Ding hast mit dem Ich kann dir Und du dich Das ist ja einiges Ding Aber wenn du dich Warnung yes Warnung Was machst du denn hier? Hey Kumpel. Wie bist du hier reingekommen? Karajo. Du warst das sicher nicht. Vielleicht ja doch. Ist du jetzt bei Alien Isolation oder was? Schon okay Junge. Das ist ja eckehaft. Was ist das denn? Ist bisher irgendwie eine komische Mission. Das atmet mich gerade an. Blood Dragon. Was ist das denn? Ganz letzsame Mission. Vanishing. Nee was? Far Cry 6. The Vanishing of Even Carter. Nee. Verschwunden. Vanishing. Kapitel 1. Der Bunker. Was war denn das für ein Vieh, was da auf der Nähe abgestürzt ist? Das sah nicht so nett aus. Jetzt nehmen die uns zum Play-Moment. Na gut, die haben hier nichts aufgebaut. Also zum Panzerzerstören. Oh, der Gott von Churezo. Was heißt es? Ich dachte, er hätte Gott zum Rollstuhl sein. Rani, konzentrier dich. Komm zu mir. Beeil dich. Nix ist verfügbar. Toll. Sicherheitsprotokoll. 6 Uhr. Pro währendlieferung erhalten. 6.59 Uhr. Kleiner Hund betritt die Einrichtung. 10 Uhr. Waffenlieferung erhalten. 12.55 Uhr. Treibstofflieferung erhalten. 17.06 Uhr. Pausenraum. Fernseher fehlt. Dem Betreuern von 6 gemeldet. Arsenal, Amigos und Karte ist nicht finde Schess. Sandmann ist bald. Ohne Waffen ist ja extrem doof. Schist, bist du hier? Dani, hier oben. Finde mich. Was ist denn das für eine Mission? Verdammt interessant. Wir sind gar nicht da. Das mit dem Bunker erinnert mich an den Anfang von Far Cry 5, als wir dann abgestürzt sind. Schist, sagst du mir jetzt, was los ist? Du musst helfen, das Portal zu schließen. Schist, aber anders geschrieben. In diesem Bunker ist eine Tür zu einer anderen Dimension. El Devorador kommt von dort. Die Forschung. Deine Leute sind schuld. Nicht meine Leute. Sie hören nicht auf. Forschung über Leben. Wir müssen die Tür schließen. Zusammen. Sonst verschlingt der Schattenort ganz Yara. Ja, okay. Ich helfe dir. Aber zuerst hole ich Chorizo zurück. Du riskierst dein Leben für ein Haustier? Was soll ich sagen? Ich mag Hunde eben. Aber er ist sehr klein. Und? Das ist verrückt. Na gut. Aber geh gut vorbereitet da rein. Ich hätte gerne die gehöre. Alternativ Nr. 19. Leiser Winter. Nee, nicht mit Schalter. Gut. Ich habe die Tür geöffnet. Finde das Portal zum Schattenort. Nur mit einer Machete und einer leeren Pistole? Warum gibst du mir nicht einfach einen Löffel? Das waren die letzten Waffen. Du kannst gerne... Ups. Besser denn suchen. Tagebucheintrag einer Russin. Lieber Evgeni. Ich bin erst einen Monat hier. Und schon wieder bereit nach Hause zu kommen. Tag und Nacht unter der Erde. Ich hasse diesen Auftrag. Wie soll ich es hier ein Jahr aushalten? Ich wünschte, ich könnte mit ihr reden und die Kinder sehen. Ich bin so deprimiert. Das einzige, was mich glücklich macht, ist ein kleiner Hund, der sich zu uns hereinschleicht. Er ist so winzig und schlau. Er hat einen Rollstuhl und trägt Werkzeuge wie ein kleiner Mechaniker. Ich fütter ihn jeden Abend mit Würstchen und Borscht aus der Küche. Wenn das hier vorbei ist, werde ich ihn mit nach Hause nehmen. Na. Mila und Oleg werden ihn lieben. Gib den Kindern einen Gute-Nacht-Kuss von mir. Ich liebe dich. Nastja. Was hat uns Ruan hier eingebrockt? Was sind wir denn da dabei? Ist das eine Tretmina? Ernährungsbombe. Ich verstehe nur, was ich... Das ist nur offen. Oh. Für die Typen hat der kalte Krieg wohl nie geändert. Oh, das war's. Ich hätte gerne eine andere Pistole. Ich hätte gerne die Nagelpistole. Er hat doch bestimmt gerade eben eine Waffe vorhanden lassen, die wir einsammeln können. Wo ist die Waffe hin? Die sind nicht etwa verschwunden, oder? Fische sind wir nicht mehr. Boah, ich mag das mit dem Schalldämpfer schießen nicht. Wieso verlieren wir die ganzen Waffen? Warum verschwinden die? Sowas hasse ich ja. Wir werden Waffen einfach despawnen. Moment, jetzt nicht schießen. Nachricht an alle Beamten. Aus der Küche sind Lebensmittel verschwunden. Vor allem Borscht und Würstchen. Es ist verboten, zusätzliche Rationen mitzunehmen. Bringen Sie Testpersonen 6 keine zusätzlichen Mahlzeiten. Füttern Sie keine Tiere. Galvenid nicht. Alle Lebensmittel und Vorräte sind für die Dauer unseres Aufenthalts pro Person rationiert. Wenn uns die Vorräte ausgehen, sind sie es, die verhungern werden. Der Koch. Oh, ich hätte gerne eine andere Waffe. Wir sind jetzt eh entdeckt. Können wir den Schalter einfach wieder abschrauben. Der macht das Zielen schwierig. Waffen für uns. Klingt komisch. Oh. Ich sehe dich. Wenn das nicht irgendwie erklärt ist, ist es so ein Schwachsinn, dass man diese Waffen nicht aufsimmeln kann. Wenn die irgendwie biometrisch mit dem Eigentümer verbunden sind, sodass die für uns nutzlos werden. Okay, aber nicht einfach nur, wir lassen sie verschwinden. Oder man kann sie nicht aufheben. Das ist Schwachsinn. Das hasse ich. Oh, ich habe sie getroffen. Ich hätte gerne deine Kack-Waffe. Wo ist die hin? Oh, geländerte Nervs. Wir haben nicht viel Schuss und ich treffe mit dem Ding nicht gut. Aua, aua, aua. Ich muss deutlich über den Kopf zielen. Da sehe ich dich nicht. Komm mal raus da. Wir werden sie in Kopfschüsse gleich. Kopfschüsse. Ich glaube, einsamen brauche ich hier nichts versuchen wollen. Die Kämmer und das Korn sind deutlich unter dem Schalldämpfer. Das istá. Die sind nicht nett. Wir wollen uns brutzeln. Also selbst sendest du nicht? Neun Schuss. Na, nicht verschwinden. Können wir jetzt endlich mal eine andere Waffe bekommen? Ich will den Flammenwaffe, können wir aufsammeln. Weil das so gewollt ist. Toll. Was verdammt ist das? Ah, das Alienzeug. Oh, da ist jemand irgendwie infiziert. Das sieht aber interessant aus. Leben. Kukli? Hadan, ey. Wieso spiegelt denn das hier so drauf? Ah, Handy haben wir noch. Wie, es lebt ja noch. Äh, der Haufen lebt? Was wächst da? Das sieht ziemlich ekelhaft aus, aber es ist interessant. Sind es alles die gleichen Personen? Äh, das liegt zumindest anders. Was ist das hier? Wo uns der Haufen noch anspringt? Was ist das? Oh, ich denke gerade an Half-Life. Da gab es auch sowas, was aus dem All gekommen ist und sich in die Erde gerammt hat und dann solche Krabbelfiecher rausgekrabbelt. Keine Munition eingesammelt. Schöner Schuss. Streng geheim, so geheim, dass es hier einfach rumliegt. Projekt, Schlüsselloch. Profil Testosteron 6. Geburtsdatum 25. Versuchte Flucht hat Beamte durch Telekinese verletzt, hat gedroht, Beamte durch Teleportation zu töten, hat wiederholt gefordert, das Projekt zu beenden. Fies wäre, wenn da jetzt was durchs Bild laufen würde, was nicht so menschlich aussieht. Gibt es den Zettel? Ach da. Streng geheim. Projekt Schlüsselloch. Aktivitätsprotokoll von Test Testosteron. Da steht Test Person 6. 20. November Notiz, die Testperson kam nicht mit Medien oder Substanzen in Kontakt Kam nicht mit Medien und Substanzen in Kontakt Durfte sich nicht ins Freie begeben und keine Person außerhalb der Überwachung kontaktieren Morgen Mahlzeit um 5 Uhr Überwachung Um 6 Uhr Details im Briefing der Auslandsaufklärung vom 16. November Telepathische Kommunikationsübung, Ferntraining, Ruhezeit in Isolation nach dem Training Notfalleinsatz im Schattenort, Rettung von Team 1198 21.14 Uhr, mal wieder Notzeit vorlesen Rückkehr aus dem Schattenort Dekontaminationsverfahren für den Schattenort Abendmahlzeit um 21.45 Uhr Teleportationsübung an lebenden Versuchsobjekt 709-A Rückkehr ins Quartier Abspritzen des Teleportationsraums Und Sättigung des Tierkördauers Warum Tierkördauers? Ich frag mich immer noch Was hat Juan uns hier denn bitte eingebrockt? Das kam so aus dem Nichts, diese Mission Testperson 6 hoffen wir mal nicht, dass sie anhand dieses Datums da Warren heißt Bleib offen, du Da kommen wir definitiv nicht rein, da hängt uns ein Zettel im Weg Jetzt konnten wir hier runter, um was zu lesen Könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen Das ist ein Zettel im Weg Was? Mhm Das ist ja gruselig Äh Die wollen sich da weiter reingraben Oder hat das Fleisch sich da reingegraben? Dieses organische irgendwas? Dann, hör zu Um das Portal zu öffnen, musst du den Laser einschalten Sieht aus, als gäbe es keinen Brennstab Und der Schlüssel fehlt Beide müssen in der Nähe sein Du musst sie finden Beeil dich Auf dem Weg hier habe ich einige grüne Brennstabkanister gesehen Schlüssel, grüne Kanister Protokoll zum Betrieb des Lasers Prüfungen vor der Inbetriebnahme Erstens, sicherstellen, dass das Erdgeschoss geräumt ist Zweitens, Tor von Hindernissen befreien Drittens, Personal vor dem Öffnen des Tores bewaffnen Viertens, das gesamte Personal muss Anzüge zum Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel tragen Inbetriebnahme Brennstoffzylinder einführen Zweitens, Schlüssel für die Zündung drehen Drittens, automatischen Abschallzyklus abwarten Viertens, dem Team signalisieren, sich dem Tor zu nähern Die hat immer eine Schüssel Wie ist dein Laptop, sieht aus Boah, ist ein Klobber Kann man uns erstmal um die Kanister, ist kein Kanister Wer pallert denn da an der Entfernung Ich mag diese Waffe einfach nicht An sich ist es ja nicht so schwierig, sich darauf einzustellen, aber Na, irgendwie Hier sind noch mehr, nur einer? Okay Alles voll Also es ist offenbar noch nicht gewachsen Das ist schon mal gut Scheiße, der Schlüssel Hat Danny den jetzt irgendwo gesehen? Hat er so eine Feststellung mit Ah Mist, den brauchen wir noch Ich denke eher Letzteres Dann würde ich auch mal sagen Kümmern wir uns in der nächsten Folge Um den Schlüssel und um alles Was ist denn weiter, äh Bin weiterhin gespannt Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Vielen Dank.